so da hinten kommen sie ja noch da ja beide sind da archangel auch ja zwei noch zwei von drei die waren bestimmt noch beim kaffee trinken das doch bitte nicht die hubschrauber abschießen die gehören zu uns ich mach den leuchtturm kaputt jemand davon in der nähe jemand von euch in der nähe davon der leuchtturm fliegt durch mein ziel ist durch also nicht dass ich es angelegt hätte aber ich bin nicht das material mhm hoch an hoch wenigstens was für ihr geld selten ok er landet wieder zum hubschrauber alle rein ich will erstmal abstand halten alle rein so schnell es geht bevor der kam auf kommt und ausziehen nein das steht nicht doch nicht ich höre den kam auch ein bisschen für innenbeleuchtung wer ist jetzt noch nicht drin es sind alle drin er schafft schon ja ich höre den kam auch ich sehe ganz viele ich sehe ganz aber wir werden verurteilt wo irgendjemand zivis umgebracht hat 334 gegner haben wir auf dem gewissen das klingt ganz gut und ich bin nicht letzter und wir müssen wir müssen wir wissen wir müssen nur 334 leute erschießen dann haben wir die meist ich bin aber auch erst später dazu gekommen zu meiner verteidigung